Die Motorworld-Team umfassenden, innovativen und modernen Konzept in München starten. Denn vom 7. bis 12. September wird die neue IAA Mobility ebenfalls in München stattfinden. Das ist auch für uns ein Neuanfang, aber ein vielversprechender, das verspreche ich Ihnen. Mit den neuen Formaten Open Space, Blue Lane Summit and Conference werden wir das gesamte Ökosystem der Mobilität abbilden und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten geben, die Mobilität der Zukunft hautnah zu sehen und zu erleben. Das alles verbinden wir natürlich mit umfassenden Hygieneschutzkonzepten, sodass wir zuversichtlich sind, dass trotz der Corona-Pandemie spannende Erlebnisse für die Besucher möglich sind. Sie sind herzlich eingeladen, das alles bei der diesjährigen IAA Mobility zu erleben. Gemeinsam machen wir München in diesem Jahr zum Hotspot der Mobilität. Alles Gute für Ihren Start und ich freue mich auf einen Besuch bei Ihnen.